Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video packe ich eine Amazon Bestellung aus. Weiter geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ich habe mir bei Amazon um 5 Euro eine Blu-ray eines Klassikers zugelegt, den ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Erinnerung habe. Machen wir das mal auf. Jetzt handelt es sich um den Chuck Norris Film Cusack, der Schweigsame, auf Blu-ray. Ich mache ihn einmal auf, schauen wir mal ein Wendekörper haben. Momentan gerade dabei, mir ein paar Filmklassiker wieder auf Blu-ray zuzulegen. Terminator zum Beispiel habe ich mir gerade erst zugelegt. Police Story, der allerersten Teil. Chucky 1, der allerersten Teil und doch Chucky 2. Und jetzt eben 5 Euro für diesen Chuck Norris Film. FSK 16 Freigabe hat leider kein Wendekover. Aber ich bin gespannt. Wer ist da sonst noch dabei? Er ist, glaube ich, kein bekannter Schauspieler. Nee, sagt mir sonst alles nichts. Laufzeit 101 Minuten. Sprachen Deutsch und Englisch, Untertitel Deutsch. Tonformat DDTS, HD Master, Audio 2.0. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Ob ich noch irgendwas davon weiß. Ich habe es sicher schon mal gesehen, aber aktuell weiß ich ehrlich gesagt nichts mehr über diesen Film. In diesem Sinne, vielen Dank für das kurze Video. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao, servus. Dann will ich noch mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020